Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Janik an. Dieser hat über My2Dextrin geschrieben, welches er mit 4,5 Sterne bewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut erfährst du jetzt. My2Dextrin Erfahrungsbericht. Alles über Nebenwirkungen, Effekt und Co. My2Dextrin ist ein Muss für jeden Sportler, der sich intensiv körperlich betätigt und deshalb auf eine weitere Kohlenhydratzufuhr setzen will. Es ist ein Subtiment oder Nahrungsergänzungsmittel für anspruchsvolle Sportler und über diese möchte ich heute im vollen Umfang berichten. Was ist My2Dextrin? Wikipedia sagt, dass My2Dextrin ein wasserlösliches Kohlenhydrat-Gemisch ist und der Name leitet sich ab von My2Dextrose. My2Dextrose steht dabei für Malzzucker und Dextrose für Glucose. Es hat die Eigenschaften, dass es leicht verdaulich ist und ist dabei fast geschmacksneutral, außer dass es eine gewisse Süße mitbringt. Es ist ein beliebtes Mittel bei Diäten, um das Essen mit zusätzlichen Kohlenhydraten zu versorgen. Man findet es außerdem in Fertigprodukten als Verdickungsmittel, in Leitprodukten oder eben in der Sportnahrung. Besonders beliebt ist es bei isotonischen Getränken, die beim Ausdauersport als Energielieferant gelten. My2Dextrin beim Ausdauersport. My2Dextrin hat viele Vorteile für den Ausdauersport. Es wird langsamer aufgenommen, was dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel nicht enorm oder sprunghaft ansteigt. Durch den sanften Anstieg des Blutzuckers wird auch nur so viel Insulin vom Körper freigegeben, wie benötigt wird. Dextrose und Glucose hingegen bringen den Blutzuckerspiegel zu einem zu raschen Anstieg. Deshalb wird zu viel Insulin ausgeschüttet, was eine Unterzuckerung zur Folge haben könnte. My2Dextrin beim Kraftsport. Das Kohlenhydrat wird häufig von Bodybuilding verwendet, um Gewicht zuzunehmen. Verarbeitet in einem Shake sorgt das My2Dextrin für die Ausschüttung von Insulin. Insulin transportiert dann Stoffe wie Kreatin oder Aminosäuren, die für den Aufbau von Muskeln benötigt werden. My2Dextrin kann daher auch die Lösung für Leute sein, die Schwierigkeiten bei der Gewichtszunahme haben. Die Nebenwirkungen von My2Dextrin. Bekannte Nebenwirkungen sind vermehrtes Aufstoßen und das Auftreten von Sonnbrennen. Für Diabetiker ist die Einnahme ungeeignet. Das MyProtein My2Dextrin. Ich habe nun mit dem MyProtein My2Dextrin Erfahrungen gemacht und möchte mich daher nur auf dieses Pulver beziehen. Die empfohlene Einnahme. Es wird dazu geraten, das Pulver in einem Zeitraum von 4 Stunden vor dem Training einzunehmen. So hat es genügend Zeit, den Glykokenspeicher aufzufüllen und bei der Regeneration der Muskeln. Es werden ca. 35 Gramm des Pulvers in 150 bis 250 Milliliter Wasser aufgelöst und verzehrt. Die Inhaltsstoffe. Das Pulver besteht zu 100% aus My2Dextrin. Als Warnhinweis wird folgender gegeben. Kann Spuren von Ei, Krebstieren und Erzeugnissen aus diesen enthalten. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogen und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Für Vegetarier und Veganer ist es somit ungeeignet. Für die Lagerung wird ein kühler und trockener Ort empfohlen. Meine MyProtein-Meitodextrin-Erfahrungen. Ich bin in letzter Zeit ungewohnt sportlich unterwegs und möchte dies beibehalten. Zur zusätzlichen Motivation habe ich auf eine Empfehlung hin mir dieses Pulver zugelegt über Amazon. Der Trainer in meinem Fitnessstudio meinte, es sei für Ausdauer und Kraft geeignet. Da ich die Waage ziemlich gut zwischen den Beinen hatte, dachte ich, das sei vielleicht das Richtige für mich. Zunächst habe ich aber nach anderen Erfahrungen im Internet gesucht und einige berichteten von erstaunlichen Ergebnissen. Ich bin auch jemand von der Sorte, die es nicht leicht hat, ein paar Kilos drauf zu bekommen. Ich weiß, dass man sich darüber öffentlich nicht beschweren darf, aber manchmal wünschte ich einfach noch 5 Kilo mehr zu wiegen. Genau diese Leute haben sich auch im Internet zu Wort gemeldet und gesagt, dass es ihnen geholfen habe. Das hat mich dann zum Kauf bewegt und ich bin mit gewissen Erwartungen an die Sache rangegangen. Wie von MyProtein angegeben, trinke ich vor dem Schmort den Shake mit Maltodextrin. Ich sehe dabei zu, dass ich ihn nicht schlagartig herunterstürze, sondern ihn langsam und verteilt genieße. Geschmacklich gesehen, es ist absolut in Ordnung. Ich empfinde es nicht als übermäßig süß, wie ich es bei anderen gelesen habe. Es ist nicht der Brüller, aber das habe ich von einem Supplement auch nicht wirklich erwartet. Die Zubereitung geht fix von der Hand. Das einzige Problem, was man hat, ist, dass sich das Pulver nicht so schön auflöst. Es kann zu Klumpenbildung kommen und diese lösen sich erst endgültig, nachdem etwas mehr Zeit vergangen ist, auf. Selbst wildes Schütteln hilft dabei manchen nicht. Nach einigen Tagen hatte ich gelesen, dass man es ruhig täglich nehmen kann, auch wenn man keinen Sport macht, gerade wenn man Gewicht zunehmen möchte. Diesen Rat habe ich befolgt und ich denke, der ist gut angeschlagen. Ich nutze das Ergänzungsmittel von MyProtein nun seit mehr als zwei Monaten und konnte schon die gewünschten 5 Kilo zulegen. Da ich dies in der ganzen Zeit vorher ohne das Supplement nicht beobachten konnte, schreibe ich diesen Erfolg eindeutig ihm zu. Insgesamt fühle ich mich fitter und man merkt, dass man da noch eine zusätzliche Energiequelle aktiviert hat. Das, was mich aber am meisten begeistert, ist, dass ich wieder eine Motivation schon bekommen habe. Ich war irgendwie an dem Punkt, wo es nicht mehr wirklich Spaß gemacht hat, weil die Ergebnisse fehlen. Ich war zwar nie so weit, dass ich aufgehört hätte, aber der Spaß in der Sache hat einfach gefehlt. Den habe ich jetzt zurückerlangt und bin wieder motiviert dabei. Ist auf jeden Fall eine feine Sache, wenn man versucht Gewicht aufzubauen, die man im Muskeln umwandeln möchte. Es ist aber auch eine feine Sache, wenn man beim Ausdauersport oder beim Cardio Training noch die extra 10 Minuten durchpowern will. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Floh von produkt-kenner.de